Herzlich Willkommen zurück zum Table Tennis Gamer mit Yoshi Island. Wir sind uns hier noch mit den komischen Viechern am rumschlagen. Ja, es war fast logisch, dass das passiert. Ah, ein Schlüsselfreunde. Wie kommen wir da hoch? Weil es sieht auch noch so aus, als wenn wir den Schlüssel brauchen würden. Und da fällt mir eigentlich nur eine Methode an, wie man da hochkommt. Ach, und das ist mit dem Stein, den ich irgendwo unterwegs verloren habe. Und jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich den nochmal holen muss. Was ist... Ach, so ein Clown hier. Äh, ja... Sieht so aus, wir müssen ihn holen, ich glaub's nicht. Ärgerlich. Ach, komm Yoshi. Und jetzt... Gib Stoff. Ja. Komm Stein. So, hier einmal Stopp bitte. Ich würde gerne ein paar Eier mitnehmen. Und jetzt geht's da hoch. Jetzt räumen wir die alle weg. Aber nicht zu stark. Weil... Nämlich... Stopp! Ja, ich hab grad gedacht, nicht, dass der da runter geht. So, jetzt müssen wir... Ja. An den Schlüssel kommen. Okay, wir mussten also hier runter für den Schlüssel. Das ist schon mal gut zu wissen. Weil... Oh, jetzt sind wir auch hier. Weil dann haben wir das hier wenigstens nicht umsonst gemacht. Aber... Wo geht's jetzt lang? Ach, hier! Ach, seht doch mal, Leute. Sind wir direkt den richtigen Weg gegangen. Okay, was wartet hier auf uns? Den ersten Sternenkreis haben wir zum Glück schon mal. Und runter. Wir brettern voll durch, ganz nach unten. Und sind direkt bei der Tür. Besser kann's gar nicht laufen. Wenn das jetzt auch die Tür ist, die im Level weiterführt. Sieht so aus. Und einmal Blume geholt. Hier die Scheißdinger, die können mich auch mal... Da ist wieder so einer, der uns nur das Baby klauen will. Oh, sauber. Kriegen wir die Blume mit? Kriegen wir mit. Ach, du Scheiße. Dragon Balls Kampf, Leute. Hört auf! Ich geh jetzt in die Tür. Da müsste das... Nein, ey, Leute! Hört doch auf mit der Scheiße. Ja, verloren. Mal wieder so ein Mist hier. Nur wegen diesen komischen Kampfkünstlern und diesem Stuntman da. Ach, also nochmal von neu. Ey, ich glaub's nicht. Na ja. Wollen wir nicht hier gute Laune verlieren, wegen diesem Scheißspiel hier. Wir wissen ja immerhin jetzt, worauf wir achten müssen. Wir brettern wieder ganz nach unten durch. Der Stuntman ist egal. Und ab in die Tür. Blume hab ich eben mitgenommen. Diesmal treffe ich sie nicht. Jetzt hab ich sie. Schnell hier hoch. Und... Hier kriegen wir die Blume auch wieder mit. Ein, ein und noch. Ja. Die Münzen haben wir mitbekommen. Ah ja, genau. Hier der Scheiß. Können wir die kaputt machen? Ha! Nein, hör auf! Durch! Ha, Pech gehabt, Leute, da oben. Ey, ich mach nicht zweimal den gleichen Fehler. Das sollte euch klar sein, Jungs. Ein paar Eier sammeln. Und was soll das jetzt? Okay, ne Brücke. Die brauchen wir wahrscheinlich jetzt gleich, so wie ich das Spiel kenne. Ja, was ist das denn? Wir fallen genau... Gib das her. Oh, weg mit... Ja, daneben. Und nochmal bitte. Und jetzt hier hoch. Äh... Okay, ein weiterer Schlüssel. Was ist da unten, Leute? Ich kann's nicht sehen. Äh... Wollen wir mal den abschießen und hier hochgehen? Ah, was haben wir da oben? Nix. Wir müssen also hier hin. Und hier ist zu. Das heißt... Ich mach hier ein Quicksafe. Ab hier runter. Hey, hey. Und Leute, das ist das, wo wir eben schon mal runtergefallen sind. Och, nö. Triff doch das Ei. Ach, das Ei. Ha. Triff mit dem Ei. Aber nicht das Ei. Ja, egal. Wir gehen durch die Tür. Wollen wir mal gucken, was sich hier verbirgt. Ah ja. Können wir gut gebrauchen. Ah, das ist wieder so ein Kanonenfreund hier. Ja, sonst gibt's hier gar nix. Was soll das denn, Leute? Das versteh ich gerade nicht. Vielleicht da oben das Fragezeichen, ja, treff mal eh nicht. Also nochmal hier rein, obwohl wir hier schon waren. Dann kann's eigentlich nur einen Weg geben, den ich übersehen hab. Und das ist der hier. Ach, der... Die wollen mich doch hier... Ja, Leute. Ihr habt's schon gemerkt, ne? Wir sind wieder hier. Och, nö. Boah. Ah, jetzt können wir Feuerspuk mit dem Stuntman hier. Also doch hier hoch. Ich glaube dann... Ja, glaub mir, mein Kind. Dann weiß ich, wo es lang geht, weil hier waren wir noch nicht. Und in der Tür waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich meine, wir wären hier noch nicht gewesen. Und es sieht auch ganz so aus. Und da haben wir jetzt hoffentlich nicht den Schlüssel irgendwo vergessen hier. Okay. Ach, nein, du Scheißding. Jetzt gehen wir den Schier hoch. Ach, auch nix. Nur ein paar rote Münzen. So, Leute. Ich mach hier mal einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Euer TT-Gamer.